hey freunde willkommen zum heutigen test heute sind gleich mal drei wunderschöne batterien von der pyro mannschaft dran ja sie haben jeweils acht schuss es ist der über toll über cool und über schön ja wer sich die namen ausdenkt natürlich die holländer es kommt aus holland wir haben wie gesagt acht schuss pro batterie ich schaue mal kurz nach einer nim das habe ich noch gar nicht getan tut mir leid machen wir zusammen ja 80 gramm 80 gramm und 80 gramm also jeder hat 80 gramm so hat man die batterie noch mal 360 grad ansicht ja dann würde ich sagen sagen wir gehen einfach raus und finden die halt weg wir testen sie preislich bei 12 euro 50 für alle drei gekauft worden sie übrigens weiter feuerwerks vitrine also freunde bis gleich draußen zu zündern wir fangen an mit über cool dann kommt über toll und dann über schön also war schon richtig hinterher haben leider kein standfuß ich bin gespannt ob sie umkippen naja finde ich jetzt nichts besonderes also die ausbreitung war schlecht das waren eher so ein ploppen falls jetzt kommt die nächste von den drei jeder hat kürting bis jetzt finde ich eigentlich nicht so cool toll und schön die letzte aus dem bundle set reihe das war's also wahnsinnig gefällt macht's gut bis zum nächsten video bis dann los Bis zum nächsten Mal.